Hallo und herzlich Willkommen zu, äh, zu Dead World Alight, was ich ewig nicht gespielt habe, weil ich das so, hab ich so das Gefühl. Sprechend ist jetzt nicht mehr. Ich hab eben als Alien Isolation gespielt, deswegen bin ich jetzt ein bisschen abgefuckt. Erstmal V und C drücken, ey. Ich hab gerade mal in die Cam gucken, aber dabei wird die gar nicht an. Ich bin irgendwie ein bisschen müde. Es ist noch weiter. Ich hing da fest. Nein. Oh, was? Der hat mich nicht gesehen. Das ist geil. Ich will jetzt eigentlich hier nicht mit den beiden spielen. Das war echt schneller als die anderen, oder? Oh, was ist das? Das war echt nah. Und die geile wieder auf einmal sitzt. Die kämpfen da hinten. Oh. Sorry. Oh mein Gott. Ich war einfach so aufgeregt. Oh scheiße, da ging es gar nicht lang. Oh mein Gott. Ich habe das ewig nicht so gespielt, ey. Ich soll jetzt wieder reinkommen. Aber das schaffen wir schon. Der eine ist schon wieder frei. Der Haken wird echt von allen benutzt. Was ist hier? Ah, gosh. Oh, ne Fresse. Alter, dieser Rabe da gerade, ne? Nein! Kacka. Scheiße. Aber ich hätte die noch blenden können. Ich vergesse immer, dass ich diese... Taschenlampe dabei habe. Boah, wie einfach mal das helle Leben sofort weggeht, ne? Und jetzt heißt es wieder, let us spammen. Boah, haben die Musik geändert? Klingt jetzt irgendwie mehr voll extrem. Aha. Boah, wie einfach mal. Boah. Komm schon. Komm herh Die hat sich schon wieder erwischt, da hinten. Alter, wir müssen nur noch einen machen. Was macht eigentlich dieser Witness Day, der... Witness Day, Wednesday, der die ganze Zeit, der macht gar nichts. Ich habe das Gefühl. Ist das jetzt so mega laut hier? Wow, hey. Cool. Alle drei hier unten. Der auch hier, Mensch. Aber irgendwie macht keiner mehr was. Das war noch ein scheiß Generator. Wo ist denn hier noch einer? Weil wir müssen jetzt einen finden. Kommt ihr euch mal um die und ich hol mir jetzt noch einen. Da hinten ist einer. Kommt schon, Mädchen, du schaffst das. Die ist schon am sluggeln, oder was? Hoffentlich helfen die dir. Helfen die dir. Scheiße, sie ist tot. Warum helft ihr hier nicht? Okay, sie war im Keller des Todes, aber trotzdem. Ich bin erschrocken. Sagen. Komm schon! Hier müssen ja irgendwo sein. Oh, hier war noch einer. Wir finden die ganze Zeit keinen, ne? Geil. Ah, du bist schon dabei. Ich muss nicht noch auf die anderen warten. Der andere Ausgang war da irgendwo da hinten, ne? Oh, nein, nicht jetzt. Nein! Warum ist der nicht mehr gerannt? Oh, scheiße. Nein! Vorne ist der gleiche Haken, ey. Scheiße, ist da sowas von tot. Ja, sind dead. Ich wollte eigentlich noch die andere Tür aufmachen, für das andere Mädel. Ja. Machst du nichts. Aber trotzdem sehen wir, ob sie es schafft oder nicht. Deswegen kann ich nicht mehr zuschauen. Okay, dann hat sie es wohl geschafft. Oh, sehr schön. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein.